Willkommen in der Hellermann-Tyton-Akademie, dem Ort von Profis für Profis. Sicherlich ist es Ihnen auch aufgefallen, dass es in den Katalogen so viele Abkürzungen gibt. Es gibt denselben Kabelbinder tatsächlich in drei Variationen. Bei uns als Standard PA66 oder die Variante HS. HS steht für Hitze stabilisiert bis 105 Grad. Oder die Variante W. W ist witterungsstabil und bedeutet besonders UV-beständig für den Außenbereich. Das sind spezielle Lösungen für spezielle Anforderungen von Hellermann-Tyton.